Ich bin Romeo, Maxim, Agne, Sabri. Die Oma jetzt ist im Moment bei Lena und Titi. Wie in Deutschland, nur drei Tage. Mein Bett, meine Matratze ist genauso und mein Kopfkissen genauso. Ich habe nämlich vergessen, bei anderen Tanten Kopfkissen mitzunehmen. Und dabei komme ich hierher. Mein Gott, nochmal, die Lena hat alles für mich vorbereitet. Ich habe, das ist sehr schön, sehr schön. Gut, liebe Kinder. Ich komme ja bald wieder, ich muss wieder zurück in das wahre Leben. Jakarta, nichts mehr bei Lena und Titi. Und dann noch eine Woche, dann sehen wir uns wieder, ja? Gut, tschüss. Eh, die Tante bisa masuk Youtube, ne? Manta, ada orang Jerman, masak masuk Youtube.